Soweit wie ihr kommt. Im besten Fall gerührt die Zehenspitzen. Ja, geht bald so weit. Ja, nicht schlecht. So, jetzt trainieren wir den Adduktor, damit ihr auch eure Sitzmuskeln richtig trainiert habt. Rechter Fuß. Genau, einfach mal nachmachen. Zug rein, hinsetzen. Zug rein. Weil ihr müsst ja euren Rücken stärken. Zug rein, Zug rein, das hat unser Regisseur auch immer. Möglichst gerade sitzen, genau. So, ziehen wir nochmal bis 5 und dann ist er durch. Und nochmal die andere Seite, einmal wechseln. Und immer dran denken, alles gegen den Schreibtischjob. Ach ja. So, nochmal Vollzug rein. Ja. Bisschen diagonal ziehen das Key zur anderen Seite rüber. Ja, das sieht gut aus. So und jetzt nochmal der Vergleich, wie weit geht's jetzt? Kämpfen, kämpfen. Drei, zwei, eins. Oh, hier guck, guck mal, guck 5 cm drüber. Das ist wirklich deutlich weit. Wir sind fit für Cocknut mit Moritz Fürsten. Wir sind fit für Cocknut mit Moritz Fürsten. Ich bin fit für Funk für minst.